Hallo, ich heiße Robert Henderson und es ist so gut, wieder mit euch zusammen zu sein. Und ich möchte heute über das Thema Handel im Geist sprechen. Vielleicht ist das für einige ein Thema, wo ihr noch nie etwas darüber gehört habt. Aber wenn du das erkennst im Wort Gottes, dann kann es wirklich sein, dass da etwas Geistliches dahinter steckt, was wir bisher in der Zeit noch nicht entdeckt haben. Die Bibel spricht in Apostelgeschichte 3, 19 bis 23, dass wir in einer Zeit sind der Wiederherstellung. Und in dieser Zeit der Wiederherstellung, das bedeutet, dass Gott uns Dinge zeigt und eröffnet, von denen wir bisher nichts gewusst haben, die aber notwendig sind, dass wir jetzt hineingehen, damit wir einen Durchbruch erlangen, den vorangegangene Generationen nicht erreicht haben. Und eines dieser Geheimnisse kann der Handel oder das Handeltreiben sein. In Ezekiel 28, Vers 14-16, da lesen wir über Lucifer, bevor er aus dem Himmel geworfen wurde, denn Lucifer im Himmel, das war ein heiliger Name. Weil er aus dem Himmel geworfen wurde und jetzt Satan ist, denken wir bei dem Wort Lucifer gleich an etwas Schlechtes. Aber Lucifer war sein ursprünglicher himmlischer Name. Und die Bibel spricht davon, was er getan hat, war, er hat Handel getrieben. Das heißt, er war der schützende Cherub, der auf dem heiligen Berg Gottes war, zwischen den feurigen Steinen. Und von dieser Position im himmlischen Bereich, die Bibel sagt, weil er nicht auf sein Herz geachtet hat, dass Unreinheit und Schlechtes in ihm gefunden wurde. Und dann heißt es, dass er aufgrund seines Handeltreibens mit Unreinheit erfüllt wurde. Nun, wenn man das liest, könnte man denken, dass Handeltreiben falsch wäre. Weil Lucifer hat das ja getan. Aber Lucifer hat es getan vor seinem Fall, in seiner himmlischen Position. Das heißt, das Handeltreiben war nicht falsch. Sondern es wurde nur dadurch falsch, weil er ein verunreinigtes Herz hatte. Seine Aufgabe und seine Aktivität im Himmel war, Handel zu treiben. Und bevor die Gewalttat sein Herz erfüllt hat, war es eine gerechte Aktivität. Aber nachdem Gewalttat sein Herz erfüllt hat, das heißt, seine Motive waren nicht mehr rein, jetzt hat er dieses Handeltreiben dazu missbraucht, um sich selbst zu erhöhen. Denn das heißt, in Jesaja 14 steht das, ich werde zum Berg Gottes gehen und mich über ihn erheben. Und jetzt, wo er Handel getrieben hat, mit diesem verunreinigten Herzen, anstatt für die Zwecke es zu benutzen, dass der Wille Gottes erhoben hat, missbrauchte er jetzt dieses Prinzip, um sich selbst zu erhöhen und über Gott sich zu erhöhen. Und der Grund war, weil sein Herz verunreinigt war und dadurch hat er jetzt Handel getrieben. Und das müsst ihr erkennen. Handel, Handeltreiben ist nichts Schlechtes. Es geht immer nur um den Zustand des Herzens und das kann Dinge falsch machen. Ich möchte es vielleicht auf diese Art und Weise erklären. Satan kann nur etwas kopieren, er kann nichts selbst erzeugen oder erschaffen. Also, wenn er das Handeltreiben kreiert hätte, dann wäre er in der Lage, ein Schöpfer zu sein. Aber er ist nicht der Schöpfer. Er ist nur der, der abkupfert. Das bedeutet, er hat etwas getan, was es im Himmel schon gab. Die zweite Sache, wenn Handel, Tauschgeschäfte falsch wären, dann wäre auch das, was Jesus am Kreuz getan hat, falsch. Die Bibel sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit würden. Die Bibel sagt, er nahm unsere Sünden auf sich, damit wir geheilt wären. Die Bibel sagt, er wurde arm an unserer Stelle, damit wir reich würden. Das heißt, am Kreuz wurde ein Tauschhandel vollzogen. Also, als ich wiedergeboren wurde, da bin ich hineingetreten in diese Sache und habe dieses Tauschgeschäft angenommen, das Jesus für mich vollbracht hat. Warum machen wir das? Weil Handeltreiben, Tauschgeschäfte, geistliche Aktivität ist. Handeltreiben ist nichts Falsches. Satan hat das nicht erfunden. Er hat keine Fähigkeit, irgendetwas zu erfinden. Er kann nur kopieren. Und Jesus hat ein Tauschgeschäft gemacht, als er am Kreuz hing. Durch diesen Tauschhandel hat er die Schöpfung wieder zurückgewonnen. Wenn ein Tauschhandel eine geistliche Aktivität ist, dann müssen wir auch wissen, wie wir in diesen Bereich hineintreten können und den Segen zu empfangen, dass das Handeltreiben wirklich uns bringen soll. Damit wir die Fülle empfangen von all dem, wofür Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Darüber sprechen wir in der nächsten Lektion. Seid gesegnet.